ARD Text im Auftrag von Funk Jeder bereitet sich ein wenig anders vor auf der Edobe-Etappe. Ich muss immer besonders viel essen, weil weil ich Angst habe, dass es hart wird, dann easy. Ich bin ein Stress-Esser, könnte man sagen. Gregor ist eher ein Stress-Relaxer. Ciao! Und die anderen sind eher Stress-Blödsinn-Moffer. Schaut er aus. Ich mach mir ein bisschen einen Dreck-Fressen. I don't like... ...was not so funny. Gregor. Wir schauen uns gerade so ein bisschen Amager an. Was heute noch passiert ist? Ebenlich viel ist passiert. Das haben wir eigentlich eh noch ganz gut davor gekommen. Und Rafa hat so auch gestürzt. Aber sonst... Zum Ausschauen, was sichern wurde. Genau. Zum Ausschauen, was sichern wurde. Haben sie überlegt. ...und ich riesige und erstaunend. Bei uns, der will ich. Ich werde researchen, was sichern war. Vielen Dank.